Dann lass es so weitermachen und ich arbeite jetzt. Und dann nur 5 Minuten, dann machen wir fertig. Kriegst du dafür auch dein Augenbraum, wenn du zurückkommst. War die schöne Arbeit. Das möchte ich ja gerne mal sehen. Hallo. 1 2 3 2 2 3 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.